Die neue Woche startet mit richtigem Aprilwetter. Am Ostermontag haben wir einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Die Werte liegen dabei zwischen 3 und 9 Grad. In der Nacht wird es dann deutlich kühler und es kann vereinzelt zu Schneefall kommen. Der Dienstag zeigt sich bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen liegen nur noch zwischen minus 2 und 5 Grad. Am Mittwoch wird es sogar noch kälter und wir müssen mit Schnee rechnen. Erst am Donnerstag zeigt sich hin und wieder die Sonne, es bleibt aber kalt mit Werten zwischen minus 2 und 5 Grad.